Hallo und herzlich willkommen bei den GeradeTV News. Heute wieder mal mit einem etwas lustigen Thema. Ich habe eine E-Mail bekommen von PeterUSA. PeterUSA will mich unbedingt als Member und bietet mir für 2019 den Membership-Status an. Schauen wir uns mal die E-Mail an. Ich habe die hier mal aufgerufen. Also ich hatte mich mal bei den Newslettern bei PeterUSA angemeldet. Deswegen steht hier der Name, ihr seid so lov. Das haben sie bis heute nicht mitgekriegt. Okay, aber schauen wir uns mal die E-Mail an. Vorname, ihr seid so. Die jährliche Mitgliedschaft von Peter endet morgen. Warum? Ich wusste gar nicht, dass ich Mitglied bei Peter schon bin. Aber wir haben unser Ziel mit 25.000 Mitgliedern noch nicht erreicht. 25.000 Mitgliedern? Spricht man nicht, dass Peter über eine Million Mitglieder hat? Das ist eigentlich sehr verdächtig, wenn sie eigentlich nicht einmal in den USA 25.000 Mitglieder erreichen. Sie wissen, dass unzählige Tiere, die mit Grausamkeit, Vernachlässigung und Ausbeutung konfrontiert sind, in den kommenden Monaten unsere Hilfe benötigen. Bei PeterUSA brauchen eigentlich nur die Tiere Hilfe, die bei Peter abgegeben werden, weil die werden regellos getötet. Es ist daher unerlässlich, dass wir dieses Jahr mit entschlossener Unterstützung von freundlichen Menschen wie Ihnen beginnen. Tausende haben ihre Peter-Mitgliedschaft bereits für 2019 verlängert. Unsere Unterlagen zeigen jedoch, dass wir ihren Beitrag noch nicht erhalten haben. Ich habe noch nie Geld bezahlt an Peter. Ja, das ist schon lustig. Wirst du eines der Mitglieder sein, die morgen um Mitternacht verlängern, Machen Sie gleich jetzt Ihr Mitgliedsgeschenk für 2019 und helfen Sie dieses Jahr, jedem Tag Tiere zu schützen. So, da sieht man meine Member-Karte, wie die ungefähr aussieht. Meine Member-ID 902949509. Als aktives Peter-Mitglied für 2019 erhalten Sie eine personalisierte Mitgliedskarte. 10% Rabatt auf vegane Waren aus unserem Online-Shop. Ein kostenloses Abonnement für unser Peter-Global-Magazin und vieles mehr. Wahnsinn! Ihr großzügiges Mitgliedschaftsgeschenk verbessert heute sofort das Leben von Tieren, indem es dazu beiträgt, dass Peter Folgendes tun kann. Da ist man ja gespannt. Wir können jederzeit und überall dort aktiv werden, wo ein Tier in Not ist. Wir erhalten jede Woche Dutzende dringende Hilferufe. Und dank der Unterstützung unserer Mitglieder können wir auf jedes Einzelne reagieren. Dringende Hilferufe? Ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass Peter und einem Tier geholfen hat. Wir werden Augenzeugenermittlungen einleiten können, die die verborgenen Grausamkeiten in Laboren aufdecken, auf Fleisch-, Eier-, Milchviehbetriebe, in der Modebranche und in anderen Einrichtungen, die die Tiere missbrauchen. Wir werden eine wachsende Anzahl von Unternehmen davon überzeugen können, sich für Mitgefühl zu entscheiden. Von Modestraftwerke, das ist wirklich falsch übersetzt, über Tierfälle bis hin zu globalen Lebensmitteln und Spirituosenfirmen, die grausame Tests an Tieren verbieten. Ich klicke jetzt einfach mal auf Erneuern, mal sehen, was da kommt. So, was wollen Sie denn haben? Ich übersetze das gleich mal wieder. Erneuern Sie Ihre Peter-Mitgliedschaft für 2009. Bitte helfen Sie uns dabei, das Leiden der Tiere zu beenden, indem Sie Ihre Peter-Mitgliedschaft heute erneuern. Ich war noch nie Peter-Mitglied. Ihre Unterstützung wird unsere lebenswichtige Arbeit für diejenigen, die von Experimentatoren, von der Lebensmittelindustrie, für grausam produzierte Mode, für Unterhaltung und vieles mehr missbraucht werden. Warten Sie nicht. Wir brauchen bis zum 30. Januar 25.000 barmherzige Spender, um Ihre Mitgliedschaft zu bestätigen. Machen Sie jetzt Ihr Geschenk für 2019. So, da kann man 25 Dollar bezahlen, 35, 50, 100 und andere Betrag. So, dann kann man hier wählen, für was man den Betrag spenden möchte. Stoppen archane Tierversuche. Tiere schützen, die für Lebensmittel, die es gebraucht werden. Schluss mit der Schlachtung von Tieren. Auf abscheuliche Weise. Hilfe für Tiere, die zur Unterhaltung genutzt werden. Hilfe für Tiere in Not. Hilfe für Tiere in Not. Wann tut Peter? Tieren in Not helfen. Ich habe mich ja am 3.1. für Peter Deutschland geworben. Da habe ich ja bis heute noch keine Antwort erhalten vom Vorstand. Es ist aber schön, dass man eben von Peter USA mich so einschätzt, dass man mich unbedingt als Mitglied haben will. Natürlich werde ich hier keinen einzigen Cent investieren. Ein Verein, der jedes Jahr Tausende von Haustieren nur aus Profitgier tötet, weil man ihnen kein Gnadenbrot geben möchte. Weil was anderes ist das nicht. Peter hat das Geld. Peter USA nehmen 35 Millionen im Jahr ein und können sich nicht einmal ein Tierheim leisten. Das muss man sich mal vorstellen. Sie geben vor, für Tiere sich einsetzen zu wollen. Das Einzige, was sie machen, ist die Giftspritze zu benutzen. Nichts anderes. Okay, was hattet ihr von dieser E-Mail? Ich hatte damals irgendwo mich mal für den Nutznetter angemeldet. Ihr seid ja auch der passende Vorname und Zunahme gewählt. Dass ich natürlich eine Mitgliedsnummer bin, ist natürlich lustig. Wenn man sich mal die Zahl anschaut und dann in Erfahrung bekommt, dass Peter nach eigenen Angaben jetzt nicht einmal 25.000 Mitglieder hat in den USA, dann ist es schon sehr fraglich. Ja, also, wie gesagt, schöne News von Peter. Eine schöne E-Mail von Peter. Es hat mich wunderbar gefreut. Aber von mir bekommt ihr keinen einzigen Cent. Was sagt ihr zu dieser E-Mail? Eure Meinung unten in die Kommentare. Bewertet dieses Video und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.